Okay. Lol. Ich glaube, da war gerade sogar noch was auf der... Ja, genau, hier. Allerdings kann ich mich... Allerdings kann ich mich jetzt sogar noch an das Rätsel erinnern und weiß... Ich nicht. Ja, du natürlich nicht. Ich kenne es ja auch noch nicht. Und weiß noch, dass man... Da muss man auch erst drauf kommen, irgendwie. Also, derjenige zum Beispiel oben links, der das Schild hat, muss in die Richtung von demjenigen gestellt werden, der die Axt in der Hand hat. Und der, der die Axt hat, in die Richtung von dem, der das Schild hat. In die richtige Richtung, hey. Ja, aber wie rum ist richtig? Ah, guck mal hier, der... Loch weiter. Ja. Das ist aber schön goldig dafür, dass das schon so alt ist, ne? Und der meinst du, muss jetzt in die... Entgegengesetzt sein? So habe ich das da gesehen. Okay. Siehst du, doll? Ein geheimer Weg. Okay. Du magst richtig auf sein. Ein geheimer Weg. Okay. Ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Was? Eins, zwei ziehen oder eins, zwei, drei ziehen? Zieh einfach. Guck mal, spinnen jetzt. Wie soll ich da wieder hochkommen? Hm. Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. Das hoffe ich auch. Hier sollte ich durchkommen. Ah, das wäre was für Cutter, ne? Ja, stimmt. Ja. Gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. Na, komm schon. Das waren aber große Spinnen. Ja, ich habe doch gesagt, wir werden nochmal auf Spinnen treffen. Das muss man anscheinend gedrückt halten. War das nicht sogar auch bei GTA San Andreas so, dass man mit Kreis schwimmen musste? Das kann sein, ja. Scheiße, warum taucht er nicht auf? Geht doch. Nur weiß ich jetzt gerade nicht, in welche Richtung. Schöp da. Ja, hier sieht es relativ lecker aus. Komm, das Wasser ist aber klar. Ja. Mit lecker meinte ich auch richtig. Das war keine Ironie, oder irgendwas. Sowas kennst du doch gar nicht. Ne, damit komme ich echt nicht klar. Mit Ironie, das ist mir zu hoch. Ja. Licht. So, springen wir mal hier dran und hier geht's auch schon wieder hoch. Na, komm schon. Ach, komm. Ja, mach das auch ordentlich. Alter. Jetzt? Ah, da auf der anderen Seite. Okay. Das hält. Ja, sieht sehr stabil aus. Ach, was für ein Zufall. Super. Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie! Ach, guck mal an, wer da ist. Na ja. Ich muss Sally warnen. So, jetzt lieber mal irgendwo in Deckung. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schlau war so, aber jetzt haben wir hier mal wieder Schießaction. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ah, fuck, fuck, fuck. Das war's. Ich sollte das doch vielleicht ein bisschen strategischer machen. Und jetzt ist er unaufgekommen. Ähm. Kann man die vielleicht alle einzeln von hinten ausschalten, vielleicht? Zack, 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 zack. Nein, schlag, warum schlägt er nicht zu, der Typ? Ja, sauber. Ah, den nehme ich aber auch so. Oh, scheiße. Stier. Scheiße, ich muss hier irgendwo in Deckung. Mann, das sind sehr viele. Fuck zu zweit, Alter, das ist doch unfair. Ja, das Leben ist nicht immer halt ein Wutschkonzert. Ja. Alter. Du regst mich auf langsam. Mann, das gibt es doch nicht. Das gebe ich doch nicht. So, erstmal in Deckung. Da ist er. Sieh mal, überlebe mal. Okay. So, stirb. Stirb du auch. Jeder Gegner weniger ist ein Gegner weniger. Na? Das war eine gute Bemerkung. So. Das war es auch schon. Fürs Erste. Fürs Erste natürlich. Ah, haha. Ne. Sehr gut. Mikropistole ist besser. Da haben wir aber nur wenig Schuss für. Das müsste eine AK-47 sein. Wenn ich mal hier zwitsche. Das ist auch eine. Das ist eine AK-47. Cool, ne? Hast du schlau erkannt. Bin stolz auf dich. Kommt man das eigentlich auch irgendwo angezeigt? Was angezeigt? Welche Waffe das ist. Ah, wenn man die aufnimmt, ne? Okay. Hm. Hä? Hä? Was ist das denn? Schon wieder ein Fehler. Gibt's gar nicht. Als dass du es zum ersten Mal durchgespielt hast, kann ich mich nicht an solche Sachen erinnern. Tja. Egal. Vielleicht liegt's am Update. Stimmt, wir mussten nämlich am Anfang ein Update installieren. Glaub ich, überrasch die mal. Ich wollte jetzt extra nicht sagen, ich überrasch die mal von hinten. Ach, im Multiplayer-Modus kann man hier aber hochlaufen. Ja, das ist jetzt aber nicht Multiplayer. Da oben kannst du aber hochklettern. Ja, ich glaub nur, dann schießen wir nicht gut in der Zeit. Das ist hier alles vertragen, ne? So, ich wechsel mal die Waffe. Gut. So, wo geht's weiter? Wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich müssen wir wirklich hier hoch, ne? Geh ich mal von aus. So. Ah, hier geht's weiter. Oder? Ja. Hier auf dieser Seite. Ach, hier auf der Fensterbank. Kommission. Ja, weil er gerade eine Waffe war. Ah, ja. Oh! Da war er. Ja, jetzt war er da. Ah, danke für das Geschenk, Jungs. Ei, Granaten. Das ist sehr freundlich. L1 gedrückt. Halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie L2, um eine Granate zu werfen. Haben Sie anscheinend nicht mitgekriegt. Äh, und jetzt? Können wir jetzt weiter, oder was? Wahrscheinlich müssen wir hier runter, ne? So, aufnehmen. Patrick, es werden keine SMS geschrieben. Tu ich gar nicht. Ich hab auf die OZ geguckt. So lange? Ja. Ich mein, ist auch natürlich sehr kompliziert. Ja, ist auch kompliziert. Ja. Viel Spaß haben mit Freundchens. Yeah. Dem geht's gut. Hier kommen wir wahrscheinlich... Doch. Ach, Nathan. Der Bodybuilder. Warum hat er sich nicht geduckt? Vielleicht passt er das nicht. Oder Nathan wollte einfach cool sein. Ja. Da in der Axt wahrscheinlich. Guck mal, Granate. So, der wird Spaß haben damit. Bestimmt. Ach, ich schieße einfach. Okay. Nehmen wir mal eine Granate auf. Da unten sind welche. Aber ich kann die auch so in die Menü. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Ja. Und du auch noch. Oh, da kommen wir mal. Tavallia haben die unsere Position eigentlich schon entdeckt. Ja, und da sind auch welche. 20 Kopfschüsse. Ja. Geile Sache, ne? Eine Trophäe. So. Unten ist noch einer. Da vorne. Da hinterm Baum, ne? Nein. Aber da war auch noch einer hinterm Baum. Da, siehst du? Ne, das ist Sully. Ja, aber da war gerade auch noch einer. Den hat er wahrscheinlich schon getötet. Da war. Da ist der. Ja, ja, den meine ich ja auch. Oh, das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt. Ne. Oh, da kommen welche. Den habe ich gemeint. Den kann ich nicht so hoch. So. War es das? Ich warte ja immer gerne an sich. Sie müssen uns gefolgt sein. Das ist der einzige Weg. Who the fuck is shooting? Ne, da unten. Und der da. Der da rauskommt. Der da. Scheiße. Futan. Na, komm schon. Ich spare hier mal ein bisschen Munition. Der ist tot. Okay. So. Ach, komm schon. Falkling, Falkling, Falkling. Wieso Falkling? Weil er sich ja noch einen versteckt. Ja, würdest du aufmachen. Ey, ich würde Rambo-mäßig reinlaufen, weißt du? Ah, Munition. Gut. Schieß nicht. Oh. Oh. Okay, wir haben wirklich viel, viel, viel Schuss. Mein Gott. Da ist noch einer. Hat da gerade einer gesagt, das war es für dich? Ja, ich glaube schon. Scheiße, die sind so ungenau. Mann, zeig dich. Gut. Da unten. Wo? Da. Siehst du mich? Oh, da bei der unten, bei dem Tor. Da bei der unten, bei der Tor. Ja, siehst du da unten. Da ist noch einer. Zack. Zack. Da auch noch. Ach ja, danke. So. Arschschuss. Das muss es gewesen sein, vorerst. Okay, ich glaube, wir können weitergehen. Na, also. Den nehme ich so mit. Zack. Yeah. Das ist nicht mehr cool, oder? Wir müssen hinein. Okay. Abgesägte Schrotflinte nehme ich, wie gesagt, nicht allzu gerne. So. Ah, nehmen wir mal die Mikropistole. Und weiter geht's. ins Schloss zurück, oder? Höchstwahrscheinlich. Der sieht ja auch gut aus. Beine ab oben. Ja. Er liegt auf jeden Fall gut. Ja. Müssen wir hier die ganze Muni aufheben? Wahrscheinlich brauchen wir gleich keine mehr. Das wäre sehr toll. Das hast du schön gesagt. Hier geht's hoch. Ich weiß. So. Ja, hier müssen wir wirklich hoch, glaube ich. Ja. Ja. Ja.